Moins und Leute, sie können zurück zu Let's Play, A Radio of Spirits, das gibt es doch gar nicht, doch, bei Roller, so was gibt, 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 gib, 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 mir Leiter, ja, mir Problem beseitigt, ha, gab es auch Beweise, wo es euch wissen, dass ihr mich nicht reinlegen wollt, was, Moment, sie, undan, wir geben ihnen unser Wort, sie können sich ohne Gefahr draußen bewegen, aber vielleicht bleiben sie besser drin, wenn es dunkel ist, und wir können es ihnen auch, wir könnten ihnen auch, ja, helfen, von hier aus weiterzukommen. Macht euch da keinen Kopf, ich finde das ganz in Ordnung so, aber ich bedanke mich trotzdem, ich glaube nicht, dass der kleine Rothschopf lügen kann. Ja, stimmt, wir haben nämlich keine Seele, wir sind ein Ginger. Bis morgen habe ich die Leiter fertig. Er kommt zurück auf den richtigen Weg, wenn ihr von meiner Hütte aus nach Süden geht. Oh, und nehmt das hier mit. Mit dieser Strickkletter könnte die Klippe herunterklettern. Das ist die einzige Möglichkeit, wieder auf den Weg herzukommen. Boah, vielen Dank, Gib. Gib, 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 gib. Oh, ich habe noch was vergessen. Als ich in die Höhle gefallen bin, habe ich, ähm, die Brücke mit eingerissen. Könnten Sie die bitte auch reparieren? Du nervst. Was? Ich renne lieber weg. Ist besser so. Ist gesund. Rennen Sie! Du, 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 du. Ich bin der Brückenreißer. Und ich reiße auch deine Brücke ein. Aber erst erstmal schnell zu Muddy und Foddy, machen Sie bestimmt Sorgen. Ich habe ein Baby gehört. Shit, zurück. Das muss die Stelle sein, von der er gibt gesprochen hat. Gib er doch gar nicht. Cool. Aber ich weiß das Baby. Mutter Milch. Baby. Ha? Wo bist du? Geil. Meins. Kann ich eigentlich essen? Na, schmecken die wohl. Wie Mochi? Oh, das wäre voll geil. Und wenn ich auch hier unseren Ring... Doch, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ist mir auch scheißegal. Hauptsache ich komme nach Hause. So. Da, 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 da. Willkommen zurück. Oder auch nicht. Ich habe mich verlaufen. Ich freue mich besser nach Hause zu kommen. Sonst machen Mama und Papa sich Sorgen. Ja. Was tut das für... Oh, du weißt den Weg. Perfekt, weil ich kenne den nicht... Wenn ich mich irgendwo draußen in der freien Natur aussitze, dann bin ich los. Dann weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Dann habe ich ein Problem. Da brauch ich Google Maps, sonst war es das. Am selben Abend. Wir chillen wieder da am Boot. Denken an Oma oder was? Akko, bist du da? Hier bin ich. Ich habe nachgedacht über alles. Ich will weitermachen. Ich will Leuten helfen. Oma zum Beispiel. Oder Minerva. Meine Schwigen auch gib. Das wird kein leichter Weg sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Und in Zukunft wird es nur noch schwieriger. Ich tue mein Bestes. Ja, Oma, wenn wir auch erwachsen, haben wir vielleicht mehr Kräfte bis vor Alt und Graus und dann sind wir nutzlos. Akku. Ja. Gibt es noch andere wie mich? Ich meine, gebundene. Muss es ja wohl, ne? Ja. Überall auf der Welt. Aber nicht genug. Kann ich die auch mal treffen? Spätestens wenn du tot bist, oder? Eines Tages vielleicht. Vielleicht sollten wir schlafen gehen. Ich will schließlich fit sein, wenn wir morgen in das Bergwerk klettern. Hoffentlich gibt, oder hoffentlich hätte gibt auch die Brücke repariert. Er war wohl ein bisschen wütend deshalb. Wir sind es gut. Komm, ist Mundi und Foddy? Irgendwas Böses? Wird der Regenschirm noch irgendwann wichtig? Keine Tür, keine Privatsphäre. Aber gut, dass sie halt noch keinen Freund hat. Sonst würde es ein bisschen eklig werden. Oh, es rechnet laut. Nee. Mutti? Ja, war eine Falltür. Foddy? Sneaky, sneaky. Okay, wir haben sie nicht bei irgendwelchen komischen Sachen überrascht. Man weiß ja nie. Ach, Oma, Ma. Wenn du wüsstest, was für ein Scheiß ich hier mache. Ach, weißt du ja. Und du findest es anscheinend auch gut. Vielleicht nicht auch Pflanzen mitnehmen. Oh, ich würde so gerne Dinge einfach mitnehmen. So richtig random. Du bist ja Mutter. Was machst du da? Hey, Sonnenscheinchen. Ich habe zwei leere Eimer, die auf deinem Namen stehen. Und zwar Heidelbeersträucher da drüben, die bis oben hin voll mit Bären hängen. Ich kümmere mich darum. Geil. Und ich führe Baby. Ach so, ich musste die ganze B drücken. Quality family time. Daddy, was geht? Warum kehre ich überhaupt alles zusammen? Der Hof ist sowieso wieder voll mit Laub. Aber es ist gut für den Rasen. Oh ja, unsere kleine Botanikerin. Komm her. Muddi, habe ich gemacht. Ari, die Heidelbeeren? Oh, stimmt. Oh, ich lege gleich los. Hä? Habe ich doch. Muss ich dir. Hoppla. Muss ich dir einmal hier mitnehmen? Sorry. Nur werde ich jetzt mal unsere Mutter mit Heidelbeeren bewerfen. Mit Eimern voll Heidelbeeren. Groß Mahlzeit. Hier sind sie. Frisst das. Danke, Schatz. Kriegst du jetzt? Blut auf Bebenpflöcken. Aber voll geschaltet. Cool. Heute übernimmt dein Papa die Küche. Er hat versprochen, etwas richtig Tolles aus diesen Heidelbeeren zu zaubern. Yay, Heidelbeerkuchen. Essen die auch was anderes außer Kuchen? Also, ich will mich ja nicht beschweren. Ich bin ja so ein Dessertliebhaber. Aber steckt mir manchmal nur so. Irgendwann habe ich mal richtig Bock auf was Festes. Auf was Gutes. Halt. Kann ich auf einen Scheißpott jetzt, wo der Herr Vater, der nicht mehr ist? Und da so eine Kackwurst abgucken? Nein. Hätte ja sein können. Wir müssen ja alles mal ausprobieren. Explorer und so. Das ist die Großcousine von Dora the Explorer. Kann ich halt kaputt machen? Jetzt vielleicht. Ah ja, klar. Jetzt kann ich halt. Verpiss dich, Busch. Hallo. Ich durchforsche Höhlen und mache Schabernack. Ich höre dich, Baby. Oh. Ich höre vor allem den Lied. Nachtigall. Ich höre die Trapsen. Ja, wo bist du denn? Na, kleiner Sonnenschein. Ja, das war ja der Sache ins Karten. Und ich wechsle mal die Knöpfe. Ich möchte einfach nur rollen. Keep it rolling, 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 rolling. Rollen, rolling, rolling, rolling. Wo komme ich hier hin? Wo komme ich hier raus? Wo bin ich hier? Ich bin orientierungslos. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ich erkenne hier nichts. Aber eine Kampfledermaus ist da. Ja, die Schützen von der Hayoko mich gerade echt herzlich wenig. Die Wanderer, ja, die waren ja relativ easy. Sagt es... Okay, Moment. Ich habe einen Wanderer-Kern kaputt gemacht. Halt. Nein. Geil. Ja, nice indeed. Ich habe vergessen, wo ich bin. War ich hier jemals schon mal? Doch. Doch, hier war ich schon mal. Da habe ich, äh, hier, Dimi getroffen. Dimitrius, Dimitri, Tradi, Tritra, Trulala, Dimidins. Hoppla. Bombs. Oh Mann, deine Schleimscheiße kannst du dir für wen anders auch bewahren. Geh mir nicht auf den Sack. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich an die Kampfledermaus. Ey, was bist du mit du für ein Hannes? Ein Bettlaken von der Scha. Ich liebe die Fledermaus. Ich möchte nicht gegen sie kämpfen. Sie sind süß. Niedlich. Kleine Knutschkugeln. Wollen wir mal sagen, I, Z. Hier habe ich, glaube ich, auch mal das Ring her. Ja. Okay. So langsam habe ich eine Ahnung, wo ich bin. Aber genau. Da ist dann... Baby. Baby. Ja. Wie süß das ist. Ja. Okay. Okay. Jetzt kann ich ganz weg zurückgehen. Aber das tue ich gerne. Eigentlich nicht, aber egal. Dann gehe ich einfach mal wieder hier durch. Wiegen Kubongo. Hier kann ich raus, ne? Gut. Jetzt sollte er aufpassen mit Wege erkunden. Ich weiß ja sowieso nicht, wo ich bin. Hallo. Ach, was geht? Hast du irgendwie was Nützliches oder so? Ach ja. Ach ja. Ich sollte ja für... Upsala. Mein Regenschirm. Keine Ahnung, was der Rest ist. Das könnte ein Drache sein. Ja, doch. Das ist ein Drache. Oh ja, das ist... Die kriege ich eine Miene. Oh, Ohren. Mit Linsen. Fernrohr. Ah, jo. Okay, das nächste Mal, wenn ich da heute bin, dann packe ich den Regenschirm ein. Siehst du, der Regenschirm ist doch wichtig. Yeah. Guck mal, wie süß. Yeah, yeah, yeah. Süß. Hey. Ich bete beneist. Von den Years. Aber ich glaube, das ist ein recht kurzes Spiel, ne? Ist aber auch nicht verkehrt. Ich meine, ich bin sowieso nicht der Typ, der so gerne super lange Spiele spielt. Also irgendwo schon. Aber manchmal, ich habe halt einfach echt, muss ich sagen, im Alter ist gefühlt meine Reaktionszeit schlechter geworden. Mein Durchhaltevermögen. Ich fühle alles. Im Alter. Tja, klingt komisch. Eigentlich bin ich noch jung, oder? Können wir bitte preschinden, dass ich mit 30 noch jung bin? 33. Bin ich 33 oder 32? Ne, ich bin noch 32. Ich bin noch jung. Alles gut, alles easy. Noch bin ich knackig. Ich vergesse nur immer, wie alt ich bin. Weil ich mich einfach nicht so sehe, so fühle. Keine Ahnung, Alter. Bam, 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 bam. Oh, oh. Wird er uns mit seinem Hammer erschlagen? Geil, da kommen wir rüber. Sie sieht viel besser aus als vorher. Sie haben die Brücke ja doch repariert. Pass auf, dass ihr sie nicht wieder kaputt macht. Und das ist kein Spielplatz, wo ihr Kinder herumhüpfen könnt. Deshalb habe ich dieses Wagenschild gebaut. Die Leitern sind auch repariert, wie abgemacht. Ich weiß ja nicht, was ihr in einem alten Backpack wollt. Passt nur auf euch auf, das ist eine ganz schöne Kletterei. Wenn ihr da runterfällt, habt ihr vielleicht nicht so ein Glück wie letztes Mal. Sie können ja richtig nitzern, wenn sie sich Mühe geben. Gewissermaßen. Wir gehen dann mal. Danke, Gib. Bis nächstes Mal. Ja, in zehn Jahren vielleicht. Oder auch nicht. Cool, cool, cool. Neue Orte. Neue Sorte. Du blöder Kackvogel. Arschkrampenwellensittich. Okay, Wespen. Das sind Wespen. Scheiß drauf. Arschkrampen und Wespen. Pisser. Mit ihren möchtigen, giftigen Stacheln. Oh, geil. Ich bin die Herbstlaubzerstörerin. Oh, wie schön. Kletterlein vollgestattet? Na schön. Danke auch. Wie toll. Und das Herbstlaub. Es fliegt. Oh, ich stehe auf so einen Scheiß. Ich finde das schön. Atmosphäre. Alles ist so friedlich. Kann ich da durch? Kriege ich ein Secret. Secret of Mana. Nein. Okay. Hier habe ich einen Weg. Da ist eine Höhle. Oder habe ich Probleme? Wir gehen in die Höhle. Hello, darkness, my friend. Ich bin in meine Höhle. Oh ja, wir kriegen wieder ein Baby. Die sind halt so predestiniert für, hier ist ein Baby versteckt. Ich habe dich gehört, kleiner Schatz. Wo steckst du? Da. Yeah. Süß. Ich mag die. Die sind echt cute. Gut. Und jetzt gehe ich hier raus, damit ich mich nicht so krasse Todes schmitze. Oh, verpiss dich doch mal, du verdammtes Arschloch. Richtiger Hurerich. Okay, 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 okay. Ciao. Spuddy. Hab ich hier noch irgendwas Tolles? Nee, ich höre schon diese Arschkrampen-Stachel-Wespen und diese Wurst-Wespe, Feuer-Wespe. Keine Ahnung, Alter. Verpisst euch einfach. Geht ins Reich der Träume. Haltet Winterschlaf, so wie die Amts auf dem fucking Drachenlord. Ruhe und Frieden, ihr kleinen gequälten Seelen. Manchen Menschen dürfte man keine Tiere anvertrauen. Und Kinder bitte auch nicht. Danke. Pilze. Schön. Willst du wieder so eine Arschloch-Wespe? Oh, shit, ich sehe auch gerade, der Paddel schon wieder um. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir, ich muss sehen.